Okay, wir sind ja als Skipperinnen alle Mannschaftsführer, wir sind ja alle Screwleader und immer wieder müssen wir unserer Mannschaft etwas sagen. Und ich möchte euch heute ein bisschen mitgeben, dass es überhaupt nicht egal ist, wie man etwas sagt, sondern dass es wirklich darauf ankommt, wie man etwas sagt. In Abhängigkeit davon kommen nämlich die Botschaften gut an oder eben nicht. Wir merken uns drei Punkte. Es geht erstens um das Niveau, also die Höhe unseres Körpers, dann geht es um die Charakteristik unserer Stimme und dann geht es um die Distanz. Also Höhe, Charakteristik, Distanz. Gehen wir zum Punkt eins zur Höhe. Es ist also extrem unterschiedlich, je nachdem von wo aus ich unterrichte, können die Leute die Botschaft besser oder schlechter annehmen. Überleg dir mal, wenn ich zum Beispiel als Skipper mich ein wenig zurückziehe, ich gehe ein bisschen nach unten, setze mich zum Beispiel in eine Ecke der Pflicht und beginne dann so zu unterrichten. Und schaue im besten Fall sogar ein wenig auf zu meinen Leuten, dann haben die nicht das Gefühl, dass ich eben von oben herunter unterrichte, sondern eben von unten nach oben. Und ihr könnt mir glauben, diese Botschaft kommt viel besser an. Also, es ist nicht egal, auf welchem Niveau sich der Sprechende befindet, wenn es wirklich schwierig ist oder wenn es auch Kritik sein sollte, ist es manches Mal sehr gut, sich zurückzunehmen körperlich, ein wenig nach unten abzusenken und nicht von oben herunter zu unterrichten. Wir alle kennen ja dieses Skipper der alten Schule, die sehr gern hinten oben stehen an der Achterstelle und sogar von oben nach unten unterrichten, quasi in den Nacken des Auszubildenden. Der oder die am Steuer, die werden sich nie wohlfühlen. Die haben ja ständig das Gefühl, ups, da hinten droht mir die Gefahr. Also, das ist eine schlechte Position. Wenn ihr also jemanden beobachten wollt, dann macht euch klein und schaut zu dem oder zu der, die beobachtet wird, auf. Punkt 1. Höhe ist gleich Niveau. Dann Punkt 2. Die Stimme. Natürlich macht der Charakter der Stimme sehr, sehr, sehr viel aus. Und wir wissen schon, dass nicht jeder von uns eine wunderbare Stimme hat. Stimmen sind unterschiedlich, aber jeder und jede kann sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten bemühen, eine möglichst angenehme Stimme von sich zu geben und möglichst ruhig oder auch langsam oder auch wohlklingend zu sprechen. Ich spreche in dem Zusammenhang ganz gern von der Märchenerzählerstimme. Zum Beispiel, wenn es darum geht, das MOB-Manöver zu unterrichten, da wird er von selber irgendwie Stress in der Mannschaft schon sich breit machen. Da macht es total Sinn, wenn man sich zurücknimmt und mit einer sanften, ruhigen, gemütlichen Stimme unterrichtet. So wie der Opa seinen Enkeln ein Märchen erzählt oder die Geschichten von früher. Dann kommt das besser an, dann nimmt es Stress aus der Situation und es kann auch besser angenommen werden. Okay, also Punkt 1. Höhe. Punkt 2. Die Stimmcharakteristik. Okay, und dann Punkt 3. Die Nähe. Auch die Nähe ist immens wichtig. Wie unangenehm ist es denn, wenn jemand ständig uns zu sehr auf die Bälle rückt und zu sehr in unseren Intimbereich eindringt? Wir können das nicht mehr so gut annehmen. Wir fühlen uns unwohl. Unwillkürlich werden wir zurückweichen und werden das Gefühl haben, das ist invasiv, was da passiert. Das kann ich nicht gut annehmen. Also, ein bisschen Distanz, das ist sehr gut. Eine respektvolle Distanz, die schafft eben Respekt und auch das Gefühl ihm gegenüber, respektiert zu werden. Und das wollen wir schlussendlich. Okay, also drei Punkte. Höhe, Charakteristik der Stimme und die Nähe. Wenn wir auf diese drei Punkte nur ein wenig achten beim Unterrichten am Schiff, wo der Platz eh schon beengt ist von Haus aus, dann wird unsere Botschaft wesentlich besser ankommen, als wenn wir sie eben nicht beachten würden. In diesem Sinne, alles Liebe euch. Servus.